So hallo, willkommen zum neuen Video. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Hier bei uns die zwei von der Tankstelle. Sven, wir haben schon ein bisschen was aufgebaut, vielleicht kannst du erzählen, was wir heute machen. Ja, hallo Jochen Aschmann, hallo Aschmann, alle Zeit. Heute wird es spritzig. Also, wie ihr schon seht, Aperol, Prosecco, Wasser. Heute gibt es einen klassischen Aperol Spritz für die sonnigen Tage, die jetzt Gott sei Dank langsam immer öfter kommen. Cool. Ja, ist klar. Gut, viele Zähne braucht man jetzt zum Aperol Spritz, nicht? Nein, braucht man natürlich nicht großartiger Zähne. Es ist so ein Getränk, ich mag es echt sehr gern, weil es einfach frisch ist. Man kann das auch immer so ein bisschen variieren. Viele nehmen dann eventuell mal, wenn das ganze Ding ein bisschen stärker sein soll. Die lassen das Mineralwasser weg und nehmen dann einen Gin. Dann wird die ganze Geschichte noch ein bisschen deutlich stärker. Ja, und an der Frucht, Orange ist natürlich so das Klassische. Man kann das Ganze auch mit ganz anderen Früchten machen, dann geht die ganze Geschichte einfach in die andere Frucht. Oder Mango zum Beispiel geht auch ganz gut. Und ja, Ananas ist auch ganz interessant, weil Ananas einfach auch ein bisschen die Süße hat, ein bisschen Säure und nimmt das ganze Ding einfach mit. Aber heute machen wir das Klassische, den Aperol Spritz. Okay. Ja, dann würde ich sagen, wir fangen erstmal an. Wir brauchen den Aperol, wir brauchen Eis, eine frische Orange, am besten Bio waschen vorher, immer wichtig. Prosecco und Mineralwasser. Das Ganze dauert nicht länger als fünf Minuten, also von daher ist das eine schnelle Sache am Abend, wenn ihr mal nach der Arbeit einfach mal ein bisschen entspannen wollt. Ja, wie gesagt, wir bereiten dann jetzt erstmal die Orange vor, Scheiben schneiden, ein Zentimeter dick ist gut. Vorher waschen, ganz wichtig, sonst wenn es eine Bio-Orange ist, ist es nicht so wild. Da geht es aber, die Dinger aus dem Supermarkt, die sind teilweise gespritzt und haben eine wachsige Schicht, das wollen wir nicht. Gut, jetzt haben wir die schön geschnitten, dann geben wir jetzt erstmal in das Glas, einen Spritzer Mineralwasser. Genau so, das reicht. Wir wollen ja nicht zu viel Wasser. Dann von dem guten Aperol, wir machen eine Mischung 2 zu 1, also zwei Teile Prosecco, ein Teil Aperol. Und jetzt geben wir unser Eis und unsere Orangen dazu. Das Eis verträgt tatsächlich viel, da kann ich ruhig ein paar reinmachen. Tja, das kann passieren. Jawohl, so ist es wunderbar. Das kannst du ein bisschen verrühren, verrühren, dann kriegst du auch ein bisschen Temperatur gleich. Jawohl, wunderbar. Ja, rechts drehen, genau, rechts drehen die Wasser- und Aperolkulturen, dann zwei Schalter Orangen dazu, das gibt dem Ganzen jetzt dann auch eine Seifrucht. Wunderbar. Und jetzt finalisieren wir das Ganze mit einem Prosecco. Sehr gerne. Sehr gerne, jawohl. Gut, wunderbar, du siehst, jetzt kriegt der auch seine klassische Farbe, das ist ein Träumchen. Ja, dann würde ich sagen, dir obliegt wieder alles, zum Probieren. Ja, natürlich sehr spritzig, sehr gut, sehr erfrischend, wie man halt Aperolspritz halt kennt. Ja, darum mag den, glaube ich, auch zu ziemlich jeder. Ja. Leichte, bittere Note, das muss man dann halt auch mögen, aber die Orange hebt das ganze Bittere auch ein bisschen auf. Von daher, schnell gegangen, das ist ganz einfach zuzubereiten, fällt dann in der Kategorie unter leicht, finde ich jetzt, 5 Minuten Geschichte. Ja. Geht immer und überall, wenn man es dabei hat, Eiswürfel kann man sich, wenn es zu ist, zur Not an der Tankstelle holen, wenn man einen Ausflug macht. Also von daher, geht alles. Okay. Super, schön, dass ihr heute wieder dabei wart und es geht natürlich weiter in unser spirituosen Getränke und Cocktail-Sortiment mit weiteren Videos, die demnächst in Folge waren. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über den Daumen nach oben freuen, abonniert seid gerne den Kanal und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, ciao. Bis dann, macht's gut, ciao.